yo moin leute was geht mal wieder youtube gamescom ist hier am start und so und ich spiele heute mal wieder black ops 2 für euch und ich bellt mich mal wieder zurück ich bin aus der berufsschule und jetzt bin ich hier gerade auf diesem flugzeug träger scheiße leute ich hab voll angst jetzt bin ich auf dem flugzeug träger habt die mp7 dabei und die 57 leute perfekt so schönes sofa hier guck mal was war alles auf seinem app heute entdecken wer heute alles da ist wo viele der franz scotland ist da moin moin franz moin franz okay will nicht komme ich gar nicht runter diga so nach oben so lehnt euch einfach zurück leute genießt das gameplay trinkt eine cola oder bestellt euch eine pizza oder was auch immer so auf jeden fall nehme ich jetzt da ein so alles gleich eingenommen moin moin so finden bekommt gleich einen mut au wenn ihr wüsste was finden gerade gesagt hätte dann werdet ihr jetzt echt erstaunt man finden 2402 muss das denn sein dass du dieses nationalsozialistische gedenke da in dein headset sprüllen muss so auf jeden fall leute jetzt machen wir mal ernst hier also ich spring jetzt hier nicht runter also wenn ihr singt das was ich jetzt in welchem macht so sieben sekunden fünf vier versteht er drei zwei oder eins null und los geht's leute leichtgewichtsfähigkeit habe ich dabei und jetzt nehme ich mal meine fall 7 bis dieses reflex die noch freigeschaltet bürger ich weiß dass er da ist wo verstecken sie sich also damit gehe ich da schön schön die knarre nachladen hier auch jetzt bin ich geblendet digga oh jetzt bin ich flashbang auch noch eine granate in der in der innen er hat aber hier keine chance gehabt bei seinem springradius der granate mussten auf vier sekunden drei sekunden zwei sekunden ein sekund ein ich bin rein digga ich bin rein so ja was gibt es neues egal die welt steht noch würde ich sagen oder oder würdet ihr das nicht sagen also in meinen augen steht die welt noch und wir haben unentschieden erlebt zeitlimit erlebt erlebt in china er ist schon auf jeden fall bescheid zeitleiter reich wir gucken aus das letzte intro an von herbie b das war es eigentlich schon wieder von einem video gamescom auf der ps3 ich bin jetzt mal eine zeit offline weil ich arbeiten muss bin hier koch vom beruf wisst ihr ja und ja haut einfach rein leute bis dann ciao bis dann